Und willkommen zurück bei Let's Play Saints Row 4 Ja und wir sind schon wieder bei immer noch bei dieser... Rennmission hier dabei Diesmal schaffen wir es, diesmal schaffen wir Oh, Hammer. Habe ich eine verfasst? Nein, habe ich nicht. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ach, Kind. Kann sich jeder von denen mitnehmen? Ah, die geben mir nur einen super Schub. Ich muss noch nicht mal jeder von denen mitnehmen. Hm, na bitte. Ich habe gerade noch rechtzeitig gemerkt. Ich habe es gerade noch rechtzeitig gemerkt, dass es die mir nur einen Schub geben. Chaoslauf geschafft, Breachers. Restzeit 8. Mhda, 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 mhda. Fortsetzen. Bargeld. 2000 Quiddits. Fortsetzen. EP Fast 3. Fortsetzen. Bum, bumm. Supersprung. Fortsetzen. Dumm, dumm. Supersprint. Fortsetzen. Chaoslauf. Fortsetzen. Ne Errungenschaft. Huah! Köh. Oh, das war... Ding ist auch meine Sprintanzeige. Alles klar. Okay, räumen wir den Unruherhert hier frei. Hey, da hinten habe ich auch fast. Woa, die Wichser sind auch noch hier. Mit. Junge, ihr Pisser. Pisseneck. Ham! Oh oh. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. N. Boom, wir haben das Fahrzeug hier gespeichert. Hammer. Kann man damit auch fliegen? Wow. Okay. Wenn ich Leertaste drücke, dann dreht er so komisch. Auuu. Auuu. Fuck. Den haben wir. Come, 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 come Yeah Oh, yeah Suck Kind, 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 ich kann nichts machen, ich kann nichts machen Fuck Okay Fuck, 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 die Viecher kleben mir am Arsch Kräfte Upgrades Sprint, Sprint Tempo Sprint verringert Schraben Tornado Level 26 und dann Level 6 Sprint Tempo Ah, okay, dafür brauche ich jetzt genug von diesen Teilen dann auch Okay, ich will jetzt aber den anrufen So war das Teil, glaube ich Whoa, 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 whoa Ich bin gerade erst mal im Spiel und... Schade, das wäre geil gewesen, das Raumschiff zu haben. Das Hölle ist richtig schwer. Nein, die Viecher verfolgen mich immer noch. Ihr kriegt mich nicht. Schade, 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 schade. Okay. Ich versuche gerade den hier irgendwie abzuhängen, damit ich wieder auch mal weiterkomme. Ich nehme nochmal das Teil hier. Weg mit dir. Oh, hier sind überallseitige Teile. Modus wechseln! Wow, 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 was ist das überhaupt für ein Modus? Ist das der geisteskranke Modus? Nein, oh, Kind. Was zur Hölle ist das für ein Modus? Ich stürze hier sofort ab. Hm. Nein, oh. 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 Ihr kriegt mich... NEVER! Boah! Wisst ihr was ich jetzt mache? Ich gehe ans Telefon. Wollen wir das Baby hier? Dann verpissen wir uns von denen. Das sieht so aus, als wir jetzt in das Mutterschiff hinterher fahren. Okay, wir fahren so lange weiter, bis die Anzeige weiter nach unten geht. Hm, also dieses Auto gefällt mir wirklich. Oh fuck, da sind neue. Na die, wir sollen uns erst mal kriegen. Oh! Shit. Wir fahren jetzt nicht durch mit Hyperscheidgeschwindigkeit, um! Wuuuh! The fuck? Fuck, die sind hinter uns! Ah okay, das ist Driften. Die Leertaste, jetzt verstehe ich das. Die fliegen! Die fliegen! Die fliegen! Die fliegen! Die fliegen hinter uns her! Oder die fahren. Die fliegen hinter uns her! Weg mit euch! Fuck! Weiter geht's! Okay, machen wir kurz einen Prozess. Was zur Hölle? Du sollst doch nicht ins Auto einsteigen! Bist du völlig bescheißt! Du solltest denen eine klatschen! Die fliegen hier! Drei! Die fliegen hinter uns her! Drei! 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 Fuck, die sind weiter hinter uns her. Wir können die nicht abschütteln. Wir brauchen was Schnelleres. Mich zum Beispiel. Okay, wir haben sie abgehängt. Jetzt müssen wir uns ein sicheres Versteck suchen. Und dann meldet sich der Timer. So würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wo wir dann hoffentlich die Kollegen hier vom Hals sind. Okay, ich bleibe jetzt einfach mal hier oben. Ich hoffe, dass wir es noch schaffen. Dann bis zur nächsten Folge von Let's Play Saints Row 4. Danke für eure Aufmerksamkeit.